aber es wird kommen ich habe schon wieder das gelte 3 4 60er steaks mit jetzt auch hier ist auch wieder in dennoch nicht erkundet ob bereich ja ich weiß aber ich habe mal sagen oft den Geber erst mal nicht mit schießt auf mich gekommen wo jetzt so nicht hin zum skelett ich mache jetzt die Reimo Angriff ja das hat erst mal eiskaltrunde auf alles und zweit ist das wäre richtig hat schuldung ist über als der Toaster ich habe leider auf versehentliche Weise dich getroffen Sammel kurz wenigstens noch meine Sachen eine ich bin jetzt weiß wo ich gespawnt bin an unserem Haus das heißt also im Endeffekt dass wir erst mal wieder den ganzen den ganzen Weg laufen ich habe dich zu mir teleportiert ja GG aber das ist eigentlich wieder cheaten weißt du Boah was ist denn das ey egal was ich mache ich zwar wieder in der Base hat er lang gedauert hat er lang gedauert das ist auch immer so du wohnst ja dort wo es in so nicht schlecht ist ja habe ich auch gehört Leute ich habe schon wieder Gold gefunden ich brauche es mal ab ich gehe mal hier hoch wo es noch dunkel war wir müssten dann gleich mal die nach Diamanten äh immer tiefer gehen nach Diamantengraben wir müssen einfach bloß durch eine Wand durchgraben und schon sind wir der nächste n A als er sich nicht ruhig ich habe jetzt sind dafür 22 das heißt und wo gibt es alter Stürzlitz 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 aber ich will mal den Wasserfall nach oben bitte und dann zeige ich dir ganz kurz die Höhle die ich meine dann geht uns schon wieder das Essen aus einfach unglaublich wie viel in so einer Höhle verbraust warte mal hier kam man nicht her also okay also unser nächstes Ziel für die nächste Session ne nicht Season Session ist großes Weizenfeld bauen ja wir müssen jetzt erst mal wieder nach oben finden generell ich glaube wir kamen von hier but I'm not really sure my bro okay von hier kamen wir nicht aber ich bin einfach mal zweiter auf welcher Höhe sind wir auf auf Höhe 21 hier unten sind wir auf Höhe 19 lass das mal gut sein komm erst mal mit wir müssen jetzt erst mal wieder zu unserer Base boah das sieht genau aus weil ich noch hier war das Eisen von hier kamen wir das heißt hier in der Nähe müsste eigentlich mein Superporn Superpornös gebautes äh geilo scheiß krass mega gut sein wahrscheinlich von hier wahrscheinlich von hier ne erst mal nach oben schwimmen ich denk wir kommen von hier ja von hier irgendwo ne ah ne da ist dunkel falsche Richtung also das hier hab ich gebaut das weiß ich ha ich hab's ich hab's ich hab's Max ich hab's komm zu mir komm zu mir wo bist du genau über dir komm mal hier siehst du meinen Namen nein äh wie soll ich das beschreiben ja ich sehe dich ich bin jetzt genau über dir genau schon mehr hoch und hier lang Achtung der Volk nein rechte hier hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir Achtung der Volk ein Creeper ich muss ihn erstmal eliminieren egal komm mit eliminiert das war eine mehr oder weniger gute Wendeltreppe sehr pornös gebaut ja was auf wenn jetzt hier rein hier rein hier rein aber hier gibt's ja immer mal hier die Höhle die ich gezeigt hab ja ich weiß aber komm komm mal mit komm mal mit komm einfach mit Hilfe mal kurz den zu töten Hilfe mal kurz den zu töten denn ich hab kein Schwert mehr das hast du erfolgreich vernichtet machen wir es einfach so ich bin jetzt die Rohstoff die Rohstoffhure ja okay ich hab jetzt auf jeden Fall genug Rotten Flasch und lass uns noch überleben und hier ist noch eine Spinne ne auch Spinnenaugen kann ich nicht zu essen oh nein ich hab zwei Herzen zwei fertig fickte Herzen ich brauch was zu essen gib mir Rotten Flasch komm ein Spinnenauge ernsthaft aber ein bisschen Rotten Flasch hab ich auch noch äh Au Alter das zieht mir Leben ich hab jetzt ein halbes Leben genau aber das hab ich jetzt wieder voll ganz kurz Moment ich muss kurz warten bis jetzt ein bisschen rennen komm mal kurz mit jetzt ja okay ich glaub die Spinnenaugen sind doch nicht so nahrhaft ne die tun auch mehr weh zum einen ist hier noch ein bisschen Rohstoff du kannst gern weiter mitgehen geh mal weiter da drüben ist Eisen die Höhle ist größer als erwartet ne ich hab die ich hab mir schon vermutet dass die in etwa so groß ist ich mein die jetzt ne die gesamte okay eh weil so ein kleiner Eingang meistens ist es ja irgendwo in einem Berg drin oder so mhm aber hier war das ja direkt an der Oberfläche mhm okay ich hab fast wieder die Hälfte hier oben ist nichts mehr aber ich muss mal ein bisschen um mit das Zeug als Inventar schweißen aber was ist das Kohle, Kies, ich kann Kies weghauen Faden kann ich weghauen das und im Prinzip einmal das Max du übersteuerst grad wieder gnadenlos ich hör ne Spinne ich hab nix mehr Max hier unten geht's nämlich noch weiter komm go go ich bin nicht doof echt? 2 Creeper hol's wieder die mal ich muss ganz kurz hier das war der eine hier oben geht's auch noch weiter hey Max Max hier oben geht's auch noch weiter da ist ne Hexe dann gib mal der Hexe die würde mich eiskalt umbringen Problem ist mich legt die auch gleich um die hat mich vergiftet Autsch goldene Apelwälder ich gebe der Hexe kurz okay ich hab der Hexe jetzt auch einiges gegeben wir müssten Milch trinken dann könnten wir das ich hätte jetzt auch vergiftet scheiße noch 4 Sekunden 3 nein nein ich werd sterben okay ich werd sterben Max 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 nimm meine Sachen nur ein halbes Herz halbes Herz ich hab's überlebt ich hab ein halbes Herz gibst du kurz was zu essen dann gleich ich hab nichts mehr scheiße ich hab heute mein letztes selber gegessen damit ich mich nicht mehr generiere Max ich hab sehr ich hab so viel na gut ich hab jetzt so viel Kohle halt und da unten geht's aber auch noch so geil weiter hast du vielleicht irgendwie ein paar tote Zombies auf Lager so Rottenfleisch mäßig ne nichts mehr dann würde ich sagen müssen wir jetzt noch mal ganz kurz hoch zu unserer Base gehen ja guck du mal nach der Base ich geh noch ganz kurz ein letztes Mal hier weil hier geht's nämlich auch noch ein bisschen weiter ich will nur wissen wie weit wo ist die Hexe tot aber der ist so umgebracht ja ich hab's so umgebracht aber dafür selbst richtig hart gefressen halbes Herz wie gesagt das ist gut so hier unten war schon mal einer hier sind Fackeln ich glaub langsam haben wir die Höhle auch durch ne 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 da geht's hoch geht's da noch weiter? ne da war ich schon vorher ach so also bei alter bei mir geht's noch mal richtig weit weiter hier ist ein Zombie alter hilf mir mal ganz kurz mit einem halben Herz macht man nicht viel sorry krieg ich das Rotten Flash? kurz ja weil mir fehlt nicht mehr so viel zum regenerieren aber mir auch komm alter von einem halben Herz musst du doch mal hoch gehen du sch- ich hab genau eine Keule zu wenig ich hab ein paar mehr zu wenig aber Emerald ich hab oh man ich glaub wir sollten langsam mal wieder nach oben an der Oberfläche ja sollten wir aber das Problem ist halt wir sind jetzt auf einer so krass niedrigen Höhe im Prinzip ist die Chance der Mann zu finden jetzt richtig äh Olli komm mal her ja Moment kurz ich muss noch ganz kurz ein bisschen abbauen ich komme wo bist du? ich screenshotte mal vorsichtshalber die Koordinaten wo ich bin äh ich hab ja Emerald gefunden wo bist du jetzt genau? weil er ne da da kam er grad ne kam er da gerade her Max wo bist du? ich seh dich nicht siehst du mich? ja ich seh dich wo? da hier ja ich zeig dir mal was ich gefunden habe dafür müssen wir aber bevor wir das erkunden können müssen wir erst hoch ja ganz kurz ein Moment dann baue ich hier noch die letzten Kohle ab schau dich das erst mal an ganz kurz ein Moment tat 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 es ist nicht richtig groß wo bist du jetzt? ALTER aber da unten sind zu 100% Diamanten wir sollten erst hoch gehen So überleben wir das nie Das überleben wir auch sonst nicht Ich hab ein halbes Herz Und ich bin bis oben hin vollgestofft mit Materialien Ich bin die Rohstofffuhre Wir sollten irgendwo hochkommen wieder Ja, ich hab in etwa einen Plan, wo es lang geht Von hier kamen wir ja, komm Einfach mehr nach Aber wir müssen sehr vorsichtig sein wegen Monstern Da liegt und noch Kohle Sonst Wornhit killen uns die Wie viel hast du noch? Zwei Ein halbes Ich hab noch genau ein halbes Herz wegen der scheiß Hexe Wir haben zweieinhalb Herzen insgesamt noch Ja, geh, geh So, von da unten warst du ganz da hinten eigentlich? Ja, da war ich Okay, ganz kurz, Moment, hier ist wieder Kohle Da ging's dahin, wo Ich würde nichts mehr riskieren, weil wir können es ja später wieder Noch abbauen Weiß ich, aber ich glaube später finde ich das nicht mehr wieder Deswegen Außerdem, nach der Erkundung in dieser Höhle Haben wir erstmal genug Kohle für die ganze Season Nicht, wenn ich wieder auf so tolle Ideen komm Na, was denn? Uns gegenseitig runterzuschlagen? Nein, mit diesem Mega-Diener So, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch Mit diesem Mega-Projekt Ja, das wäre doch das geilste von allen Aber das Mega-Projekt ist... Ich höre ein scheiß Zombie Das möchte ich nach dieses Season machen, das Mega-Projekt Ganz kurz, Moment, oh, ich seh Eisen, ich seh Eisen, ich seh Eisen Da geht's aber nicht weiter, da oben ist nur, äh, Eisen Jump'n' Run Action, ja Ja Ich hol's noch ganz kurz, das Eisen Ah ja, ich hab den Weg ein bisschen markiert mit Fackeln Ich seh's Ich bin safe an der Base angekommen Ja gut, ich noch nicht Und ich, als die Rohstoff-Hure, bin der wichtigste Teil Ja, okay, ich seh's jetzt, wo's lang geht Halbes Herz immer noch Der Witz ist ja, wenn ich jetzt irgendwo ganz leicht runterfalle und dann sterbe Ich geh mal wieder ans Tageslicht, ne? Ja Falls Tag ist Ich hab aber dieses Dumpe Gefühl Immer wenn ich hochkomme, ist Nacht So, dann dropp ich mal ganz kurz unsere ganzen Rohstoffe Brauchen wir auch mal wieder Holz? Ne, doch Max, wir haben so viel, einfach nur So, ich hau ganz kurz unser Eisenerz in den Ofen Wir brauchen dann noch dringend Holz, damit wir wieder Fackeln machen können, weil ich Ich hab nämlich kein... Ganz kurz, Redstone muss ich noch einhauen Und Emerald Ich würd sagen, du kommst mal mit hoch und bringst gleich mal ein bisschen was mit Ins Haupthaus hoch Äh, was willst du denn mithaben? Kohle? Ein bisschen was, aber so die anderen Rohstoffe, Redstone und sowas Das brauchen wir ja nicht unten in der Höhle Ja, okay Ne, soll ich Eisen mitbringen? Eisenbarren? Ne, oder? Warum mal grad für die Höhlenerkundung gleich Ist Nacht? Ne, ist Tag Ich hab Tag gemacht Ach, Cheater Boah, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr sprinten Oh Gott Ich auch nicht, aber essen Ja, Tageslicht Aber essen haben wir hier oben auch nicht mehr Das ist halt das Problem, wir müssen jetzt mal ganz kurz auf die Jagd gehen Oder wir müssen uns mal killen Das ist halt das Problem, wir müssen uns mal die Jahrzehnte Das ist halt das Problem, wir müssen uns mal mit dem Vielen Dank.